Erzähl du mir mal, was sind so Dinge, die dich so beschäftigen, mein Bruder? Was ist so außerhalb der Streaming-Welt so in deinem Kopf los, mein Bruder? Außerhalb des, äh, viel, ähm, Mode-Designing. Ich bin ein sehr... Apropos Mode-Designing, was hältst du von dem Skandal, was bei, äh, Balenciaga losgeht? Hast du mitbekommen? Guck mal, ich hab mir viele Sachen gekauft vom Balenciaga, ne? Und ich habe das mit diesem Skandal, ich hab davon gehört, aber Real Talk, und ich schwöre es, ich habe bis heute, weiß ich noch nie, also nicht, was komplett abging. Ich weiß fast gar nichts, von diesen beiden Sachen. Kann ich sagen, was abging? Erzähl mal. Ich hab mich damit kurz befasst, weil ich auch das öfter gehört habe. Ich hab auch, ne, sieht man ja am Internet, ey, boykottiert Balenciaga und wer das trägt, ist, äh, supported dies und jenes. Also der Hauptskandal an diesem, an dieser Marke ist, dass sie Werbung gemacht haben für die Marke, für, für Taschen und so. Okay. Okay, okay, das ist jetzt auch ein bisschen, äh, nix für schwache Nerven, aber es ist einfach, wie es war. Die haben kleine Kinder genommen, im Alter von 5, 4, 5, 6 Jahre maximal, kleine Mädchen, haben die so mit so, tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich muss es sagen, damit es auch mal ankommt, die haben den Kindern so Dings angezogen, Bruder, so komische Sachen und die hatten so Teddybären in der Hand und diese Teddybären waren wie so Sadomaso, so, so, einfach gescheuert angezogen, Bruder, und die haben das so in der Hand gehalten und die waren dann auf so ein Bett drauf. Also es war auf jeden Fall sehr merkwürdig, Bruder. Die stehen auch im Verdacht, dass sie da gewisse Ansätze haben für gewisse Dinge, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Und, äh, das war, das alleine schon, war schon Grund genug, um erstmal skeptisch zu werden. Und als das nicht reicht, haben die im Hintergrund, während die die Fotos gemacht haben, waren da auf einmal so versteckte Symbole und so ein Scheiß, Bruder. Echt, das? So Bücher, ja, da war, da lag zum Beispiel ein Buch im Hintergrund und dieses Buch stand für sehr ekelhafte Dinge, weißt du, was auch bekannt ist dafür und das, das lag einfach im Hintergrund. Und dann wurde ein Foto gemacht mit dem Kind und das wurde dann offiziell publiziert von Balenciaga und, äh, die Leute sind durchgedreht, Bruder. Leute sind durchgedreht und dann habe ich erstmal verstanden, was überhaupt der Shitstorm soll, warum überhaupt. Ich wusste nicht, wieso, warum, weshalb. Und, ähm, deswegen haben die dann angefangen, diese, ja, Klamotten so mehr oder weniger zu boykottieren und, äh, an den Rand zu stellen. Boah, ich sagte, ich habe auch Klamotten von Balenciaga. Das ist natürlich davor gewesen, ich hatte keine Ahnung. Ich sagte ehrlich, auch wenn die cool aussehen und so, ich könnte mich niemals mit dieser Dings identifizieren oder diese Marke repräsentieren. Könnte ich nicht, Bruder. Aber jetzt kann man sagen, okay, dann dürftest du dich auch nicht mit Nike Sachen zeigen, weil die Kinderarbeit gemacht wird. Aber da kann man sich wieder drüber streiten und sagen, ey, Kinderarbeit, okay, die eine Seite ist natürlich schlecht, aber die andere Seite ist, wenigstens haben die dann eine Arbeit, besser als gar keine. Aber das mit Balenciaga ist nochmal eine andere Hausnummer. Wenn wir aber danach gehen wollen mit, wenn du da machst, musst du da, Bruder, dann musst du alles ausziehen, musst du dein Handy aus dem Fenster schmeißen, musst du deinen Twitch-Account löschen, weil das auch von gewissen Leuten kommt, die man kritisieren könnte, dann dürftest du einfach nichts mehr berühren. Und du dürftest dich mal den Boden berühren, auf den du läufst, weil er gemacht worden ist. Verstehst du? Ich verstehe schon. Du musst für dich selber moralisch entscheiden, okay, wo ist die Grenze. Ich verstehe schon, was du meinst. Bei mir hört der Spaß immer bei Kindern, hört der Spaß komplett bei mir auf. Also wirklich. Sobald Kinder in irgendein komisches Licht, es reicht nur, wenn sie in ein komisches Licht gerückt werden, ist bei mir sofort Ende, Bruder. Und diese Modemarke Balenciaga hat es gemacht. Man kann es im Internet sehen. Da gibt es die Bilder, die kann man sich anschauen. Und da kann sich jeder selber sein Bild machen. Und aufgrund dessen verstehe ich auch den Boykott. Und deswegen verstehe ich auch, warum diese Marke so ein bisschen so gebashed wird. Also wenn du das jetzt mal so gehört hast, mit dem Hintergrundbild und diese Sachen, ist das für dich jetzt in erster Linie so krass, oder ist das so, ist doch gar nicht so schlimm? Krass. Krass mit dem Buch. Natürlich. Ich denke mir so, warum macht man das, Bruder? Wofür? Warum fährt man eine Marke, die doch läuft gegen die Wand, wegen so einem Scheiß, Alter? Sind die krank? Ich schwöre, ich wusste das nicht so. Geistesgestellten, Bruder. Unverständlich. Und es gibt sehr viele Leute, die sich mit solchen Themen auch befassen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt einen Namen, ich weiß, viele sagen, Andrew Tate. Der redet sehr viel über diese Leute. Er sagt, dass sie diese Zeichen und Symboliken, die man ja immer wieder hört und sieht, zum Beispiel dieses Auge, was die machen, oder dieses Zeichen vom Teufel und diese ganzen Sachen. Er sagt, die müssen das in ihrer, ich glaube, die Religion, an die sie glauben, müssen die das immer zeigen. Warum? Wegen Karma. Und ich dachte mir so, was meint er damit? Wie wegen Karma? Er sagt, Bro, diese Leute, die an das glauben, die müssen, also die glauben an Karma und die müssen dich vorher warnen, bevor die dir was Schlechtes tun. Zum Beispiel steht auf, jetzt mach dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel steht auf Zigarettenpackung, Rauchen kann tödlich sein, Kinder dürfen nicht rauchen. Steht doch drauf, oder? Ja, sowas. Oder macht deine Lunge kaputt. Das ist nämlich so ein Trick davon. Wie kann man aber das gleichzeitig dafür Werbung machen und ab 16-Jährigen überall verkaufen? Obwohl man noch weiß, dass es dich umbringt. Warum macht man das? Ab 18, ne? Oder ab 18, genau. Okay, früher war ich 16, glaube ich. Aber warum macht man das? Weil diese Leute, diese Karma nicht auf sich nehmen wollen. Und das ist so ein Teil ihrer, das woran sie glauben. Zum Beispiel mit diesen Klamotten macht man Werbung, zeigt aber, hier guck mal, hier ist das Buch, wofür wir stehen. Wir distanzieren uns, wir haben es euch gezeigt, ob ihr das anzieht oder nicht, ist euer Ding. Das machen die bei allen Sachen, Bro, das ist so ein Muster. Und das hat zum Beispiel Andrew Tate gesagt. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan von ihm. Aber bei diesem Punkt dachte ich mir so, okay, krass, das wusste ich nicht. Und als ich darauf geachtet habe, dass sie immer wieder so wie so ein Disclaimer rausgeben, bevor die dir was Schlechtes tun oder bevor die dir schlechte Dinge verkaufen, wie Alkohol, Zigaretten, was weiß ich, Medikamente, die dich abhängig machen und, und, und. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, jetzt verstehe ich das. Bei Klamottenmarken und bei anderen Sachen ist es genauso. Und auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel, aktuelles Thema, Roat, ist ja olympische Spiele. Ja, das. Hast du sicherlich mitbekommen, oder? Ich hab das nicht krass mitbekommen. Bruder, es ist, also es ist wirklich geisteskrank mittlerweile, wie offen sie das publizieren mit ihren komischen Symbolen, Bruder. Und ich denk mir die ganze, warum machen die den Scheiß? Weißt du, wie ich meine? Warum machen die das? Das ist vor unseren Augen. Ja, die machen da irgendwelche komischen Angelegenheiten. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, Leute. Also die machen das nicht mal so auf heimlich oder so, sondern so offensichtlich. Stichwort heimlich. Die dürfen das nicht heimlich machen. Warum? Weil dann ist das Karma, also das schlechte Karma ist auf deren Seite. Wenn die es öffentlich machen und du es gesehen hast und es trotzdem machst oder es konsumierst oder mitmachst, dann sagen sie mit ihrem reinen Gewissen, wir haben es euch doch gezeigt. Wir haben die Symboliken allen gezeigt. Ihr habt es trotzdem gemacht. Deswegen geht dieses negative Karma nicht auf uns. Das ist ein Teil an das, woran sie glauben, Bruder. Aber bei Zigaretten ist ja das Ding, das ist ja gesetzlich, dass sie das machen müssen. Ja, Bruder, man kann alles gesetzlich unter dem Deckmantel von machen. Das geht natürlich. Klar geht das. Aber das ändert aber trotzdem nichts daran, dass es bei sehr vielen Sachen immer wieder gezeigt wird. Hier, das bringt dich um. Hier, das machen wir. Hier, das ist schlecht. Aber die Menschen entscheiden sich dann selber das zu nehmen. Und das ist so ein Punkt von ihrer, woran sie glauben. Ich kann das nicht mal definieren, was das ist, Bruder. Ich würde nicht mal das Wort Religion benutzen. Ich sage dir ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber man sagt, dass die deswegen immer wieder die Sachen zeigen und so öffentlich machen. Auch in der Musikbranche. Deswegen zeigen die sich immer wieder zum Beispiel das Auge auf der Dollarnote. Es gibt ja dieses eine Auge, was ja Symbol für Verschwörungstheoretiker ist. Das gibt es ja wirklich, Bruder. Und das ist ja wirklich auf der einen Dollar Note. Das ist ja da drauf. Seit, keine Ahnung wie lange, seitdem es diesen Dollar gibt. Und in dieser Pyramide von dem einen Dollar stehen sogar Zahlen, Bruder. Und diese Zahlen haben wieder eine Bedeutung. Das heißt, die zeigen es dir jedes Mal. Und wenn Ereignisse passieren, dann haben die mit ihrem Gewissen vereinbart, wir haben es euch immer gezeigt. Das ist voll geisteskrank. Oder ich denke mir, was ist das für Menschen? Wie kann man das machen, Alter? Und das zieht sich durch alles. Von Hollywood bis, keine Ahnung was. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Was steht da drauf? Novus Ordo Seclorum. Die müssen das offensichtlich zeigen, Leute. So ist deren, das woran sie glauben. Deswegen machen die das. Bruder, was glaubst du, was passiert so in fünf Jahren, zehn Jahren? Wie meinst du, was passiert? In welchem Sinne was passiert? Mit uns. So mit der Gesellschaft und mit dem Leben an sich, mit der Wirtschaft wird es teurer, wird es günstiger, wird sich irgendwas verbessern oder wird es immer schlimmer? Weil du bist ein Mensch, Bruder, du denkst bestimmt mal an die Zukunft oder nicht. Ja, ist viel sogar. Also ich glaube, inflationsmäßig wird sich nicht viel ändern, um ehrlich zu sein. Auch wenn wir, was Steuern angeht, eigentlich sehr krass sind. Mit was? Ich habe akustisch nicht verstanden. Was Steuern angeht, was Einnahmen angeht, vom Land her, eigentlich sehr krass sind. Also wie? Was meinst du mit krass? Gut, weil ich weiß, dass wir viele Steuern einnehmen. Ja. Wir sind nicht krass, wir sind die krassesten, Bruder. Deutschland, wo gibt es noch mehr höheren Steuersatz als in Deutschland? Aber das Traurige ist, was haben wir davon? Ich meine so, ich sage, ich sage, rein von der Inflation, irgendwie wird sich nichts ändern, glaube ich. Du meinst, weil das dadurch aufgefangen wird, weil wir so hohe Steuern und Einnahmen haben oder was? Nein, Bro, ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, was die machen. Oder ich weiß nicht, was die machen, dass wir so eine Inflation haben. Weißt du, wie ich meine? Also verstehst du? Ja, ja, also guck mal, wir können ja so ein kleines Beispiel nehmen, das kann jeder sehen, ist relativ einfach. Die Preise von gewissen Sachen gehen einfach hoch, richtig? Zum Beispiel, weiß ich, Käse. Oder wenn du in den Baumarkt gehst, du willst irgendwas mit Holz kaufen. Bruder, verdreifacht. Ich habe mir letztens hier was gebaut mit Holz. Bruder, ich gehe da rein, ich habe meinen Augen nicht getraut. Einfach viermal so hoch wie vor einem Jahr. Holzpreis. Ich sage zu dem Typen, was ist das für ein Holz? Ist das Gold oder was? Sagt er nein, die Preise sind so schlagartig gestiegen, weil der Import und Export von diesen Waren wie Holz ist erschwert worden. Weißt du? Damals wegen gewissen Einschränkungen und das hat sich dann so einfach gehalten. Zum Beispiel, wenn du ein Haus bauen willst, du zahlst mittlerweile das Doppelte und Dreifache Alter. Ja, das sowieso. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir dumm werden. Dass wir dumm werden? Ja. Also im Sinne von, also in welchem Bereich? Allgemein. Ich glaube einfach so, ich glaube unsere nächste, ich glaube diese Generation ist richtig, guckt einfach. Wie soll man das sagen? Wie umschreibt man guckt? Guckt so verblödet meinst du? Ja, genau. Oder weißt du, was ich an dir richtig korrekt finde? Ja. Du hast eine sehr offene, ehrliche Haltung, Bruder. Hab ich auch, ja. Ich habe letztens in einem Gespräch zwischen, ich weiß nicht, wer alles dabei war, du warst da drinne, Edis war da drinne und so ein paar andere Leute, die ich nicht so kannte. Dann habt ihr über Beziehungen geredet, glaube ich. Ja. Dann habe ich kurz zugehört. Ich war gerade auf dem Weg ins Auto und so, hab so nebenbei so laufen lassen, kennst das ja. Und dann hat, glaube ich, Edis dich gefragt, oder da war glaube ich so ein Mädchen, irgendwas mit, ey, du bist doch jetzt gut dabei und so, mach sie nicht kaputt, indem du dir jetzt eine Freundin schnappst. Dann hast du gesagt, was hast du nochmal gesagt? Du hast gesagt, ey, ganz offen und ehrlich, ich habe gerade gar kein Dings, ich habe gerade gar keinen Turn auf Frauen oder so. Irgendwas hast du da gesagt? Ja. Ich weiß nicht mehr. Weißt du, gar keine Zeit? Ja. Genau, gar keine Zeit, obwohl du noch so jung bist, so. Ja. Guck mal, ich sage dir ehrlich, jeder in deinem Alter, also sehe ich so, ich kenne das auch aus der Rap-Welt, wenn so Newcomer kommen mit Anfang 20 und so, Bruder, die tränen durch, die sind nur hinter sowas her. Weißt du, was ich meine? Ja. Bekanntheit, bisschen Fame, bisschen Hype, Geld, ich weiß selber, wie das läuft, Alter. Ich denke mir, also ich jag da nicht hinterher oder so, natürlich schreiben mir Frauen auf Instagram, natürlich sieht man auch viele Frauen und natürlich ist die Verlockung auch da, bei jedem Menschen, jeder sagen, was er will, aber gerade ist es wirklich so, dass ich meine Ziele vor Augen habe, das heißt, Haus kaufen für meine Familie, meine Ernährung durchziehen, meinen Sport machen, meinen Führerschein machen, das, was ich mir vorgenommen habe, alles, was ich hoffentlich auch alles dieses Jahr packe, Haus kaufen auch dieses Jahr? Ja, hoffe ich. Stark, Bruder. Ich sage dir, sonst wird es teurer, schnapp zu, oder wenn du was findest. Ja, zu 100%. Das ist so, ich finde so, das ist so Zeitverschwendung, weißt du, wie ich meine? Das ist nicht effektiv Zeit nutzen für mich, dann bin ich lieber zwei Stunden live anstatt, dass ich irgendwo, keine Ahnung, weißt schon, was ich meine. Na klar, einfach so sinnlos irgendwo rumhängen und einfach Zeit vergeuden. Genau. Wegen bisschen Spaß, bisschen Lachen, bisschen Hi, 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 genau. Stark, Bruder, hat sich genau das Gegenteil. Ja, deswegen finde ich das sehr, sehr starke Eigenschaft, Bruder, muss ich einfach mal so sagen, ist mir auch letztens schon aufgefallen. Sehr gut, Bruder, das nennt man Fokus, Leute. Für die, die schon mal gehört haben, was Fokus ist, das ist Fokus, in so jungen Jahren trotzdem in so einer Situation so cool zu bleiben und an sein Ding zu denken, an seine Familie zu denken, daran zu denken, sich irgendwie auch noch, ja, so Haus zu kaufen und so, ist schon crazy, Bruder. Also, ich kenne ganz andere Konsorten, die in deinem Alter, Bruder, wie viel Geld hatten, auch verdient haben, es aber einfach komplett verbrannt haben, Bruder, und dann irgendwann mit Mitte 20, Ende 20, da standen und sich dachten, oh mein Gott, wo sind die letzten 5, 6 Jahre hin, Alter? Ich habe mein, ich investiere nur mein Geld, also wirklich, ich habe mein Geld und ich investiere es, habe sehr, sehr viel Geld da, Bruder. Ja, wirklich, ich habe mein Geld nur investiert, also wirklich. Darf man fragen, so in was, oder ist das so privat? In Krypto habe ich viel investiert, auf jeden Fall. Wie viel Prozent von deinem Dings ungefähr? Ich würde sogar 90 sagen. Wow. Ja, ja. Hast du einen Insider? Also, ich meine, wenn jemand 90 Prozent seines Vermögens in Krypto investiert, hat der safe 2, 3 Insider, Bruder. Was heißt? Du willst niemals einfach so aus Zufall 90 Prozent da rein investieren. Ich glaube halt einfach dran. Ich habe halt gar nicht aus dem Aspekt heraus, weil ich mir denke, okay, ich will jetzt viel Profit machen, sondern aus dem Aspekt heraus, weil ich weiß, okay, ich habe das Geld bei mir, weißt du, wie ich meine? Niemand kann da mehr Geld ran. Verstehe, klar, einfach halten. Ja, genau. Für Krisenzeiten, weil Geld verliert ja an Wert mit der Zeit. Genau. Hast du was in Gold? Äh, ne. Krass, Bruder, du hast echt Eier, Bruder, 90 Prozent in Krypto, ich habe, ich sage dir ehrlich. Ich hatte Eier, aber es hat sich gelohnt. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe das, was ich rein investiert habe, locker 200 Prozent Profit gemacht. Stark, das ist stark. Aber du hast bestimmt links, rechts ein paar Jungs, Bruder, die sich mehr damit befassen. Ne, ich habe alles in, ich habe auch keine Altcoins oder so. Hör auf. Ich habe wirklich keine Altcoins. Bruder, wie kannst du so auf die Wave gehen? Das ist doch, ich würde jeden Abend Nervenzusammenbruch kriegen. Nein, nein, nein. Guckst du oft drauf? Ich habe so auf mein Handy, Homescreen. Bruder, ich sage dir Real Talk ehrlich, ich gucke auf mein Homescreen. Ich sehe jetzt gerade, okay, ey, zum Beispiel war letztens 50k. Bitcoin. Euro. Euro reden. Real Talk, ich hatte keine Eierflattern oder so. Ich habe auch viel gekauft, wo der bei 15 war. Den teuersten Bitcoin, den ich mir gekauft habe, Chat, war bei 37.000 Euro. Das war der teuerste? Das war der teuerste, den ich mir gekauft habe. Und der günstigste, bei wie viel? 15.000. Boah, krass, Alter. Jetzt halte ich fest. Ich habe Bitcoins gekauft gehabt. Ich habe sie auch schon abgestoßen gehabt. Ich trottel. Bei 5k, Bruder. Krass. Ich bin der dümmste, der dümmsten. Der ist einmal gefallen. Ich habe Zitteranfall bekommen, sofort habe ich versucht abzustoßen. Boah, wie so ein Opfer, Alter. Scheiße, Mann. Der ist jetzt bei 60.000. Ja, der ist hier runtergefallen auf 7.000. Okay, das ist Tag. Boah, der war schon bei 5.000. Was war der Peak? Boah, ich glaube 67.000. Also Euro? Ich weiß Dollar gar nicht. Ja, hier ist 65.000. Ich glaube 67.000 Dollar. 66.000. 66.000, fast 67.000, ja. 67.000. In den letzten 6 Monaten. Das ist ja mein Ding. Ich habe sehr viel Geld in Krypto. Stark, oder ich respektiere das auf jeden Fall. Das ist ja mein Ding. Bis zum nächsten Mal. Ich habe